Ich bin Österreicherin, Weltenbürgerin und Teil vieler Gesellschaften. Mein Weltbild, mein Weltbild fußt auf den Menschenrechten. Mein Denken ist geprägt vom Humanismus und von Vielfalt. Für mein Handeln bin ich selbstverantwortlich. Mein Denken und Handeln hat Konsequenzen auf mein Umfeld in der Welt. Um eine mündige Bürgerin zu bleiben, darf ich nicht andere für mich denken und handeln lassen. Oder würden Sie das zulassen?